hallo und herzlich willkommen bei finanzimpuls ich bin alex in diesem video gucken wir an was die letzten zwei wochen so in meinem trade republic depot in meinem scalable capital depot und in meinem bit panda wallet crypto depot so passiert ist und dieses die folge 80 vom 9 bis zum 20 august 2021 los geht's in diesem video gucken wir uns mal so ein bisschen die depot performance hier in den letzten zwei wochen an ich gehe auf diverse gewinner und verlierer ein so ein bisschen auf unterschiedliche sektoren und unterschiedliche werte denn es gibt viele werte die sind sehr unterschiedlich gelaufen außerdem guck mal wie schon gesagt scalable capital depot mal so an wie meine etfs denn so laufen und was die kryptos denn so in den letzten wochen beziehungsweise monate so gemacht haben denn das finde ich auch derzeit wieder relativ spannend an dieser stelle würde ich mich wie immer freuen wenn du mir für meine transparenz schon mal ein like da lassen würdest und wenn du mich unterstützen möchtest in der infobox findest du immer links zu konten und depot anbietern die ich persönlich auch alle nutze wenn du darüber ein kontor depot eröffnet eine kleine provision unterstützt mich damit recht herzlichen dank dafür so und wir steigen jetzt als allererstes mal ein hier in diese depot pro performance aktuell 80.000 euro und 18 und am freitag hier das war dann der 20 8 plus 1,14 prozent ging es mal wieder so ein bisschen nach oben oder plus 900 euro die letzten wochen waren übrigens wieder etwas volatiler dazu komme ich dann auch noch später im wochenverlauf minus 0,81 prozent oder 653 euro nach unten im monatsverlauf immer noch im plus 910 euro oder 1,15 prozent das sieht man aber auch in der jahresansicht ganz gut dass wir hier so ein paar dips als vergleich einfach haben und deshalb ja eine geschönte performance auf monatsübersicht hier quasi gerade haben in dem letzten jahr plus 18,76 prozent oder 12.640 euro und seit dem januar 2020 plus 16.000 euro und zwölf oder 25 prozent wenn du diesen betrag von aktuellen depot bestand abziehst dann landen wir bei ungefähr 64.000 euro das ist die nominaleinzahlung gewesen wenn du sagst hier innerhalb von einem jahr und acht monate ungefähr nur 25 prozent das ist ja nicht so viel jo ich habe hier mal durch ich habe hier mit etwa 17.000 euro angefangen war im corona virus crash bei 23.000 euro und habe dann immer stück für stück hier eingezahlt das bedeutet halt auch dass die letzten ich glaube zwei oder viertausend euro die ich irgendwo eingezahlt habe dass die nur eine performance haben von ungefähr zwei monaten und andere euros dann halt auch nur eine performance haben von zum beispiel vier oder fünf monaten das heißt dass man dieses ganze diese ganze performance natürlich auf zwei jahre nicht unterrechnen kann das heißt wenn ich jetzt 25 prozent performance habe ich würde noch mal 80.000 euro einzahlen hätte ich auf einmal nur 12,5 prozent performance einigen ist das noch nicht so ganz klar der unterschied zwischen diese performance und der interne zinsfuß aber deshalb möchte ich das auch einfach mal darstellen das heißt hier zu sagen ich vergleiche dieses depot mit dem msci world das macht aus vielen gründen mathematisch halt überhaupt keinen sinn wir gucken uns hier mal die monatsübersicht an man kann hier sehen das war diese woche hier bei 68.600 euro waren also ging auch wirklich wieder krass runter und hier am zehnten achten war mal zum beispiel ja fünf prozent unterschied ungefähr bei 83.000 euro und diese volatilität auch diese woche hier bei minus 2,6 prozent und dann am freitag wieder viel aufgeholt die hat halt etwas zugenommen an den märkten wird es wieder spannend und ich persönlich muss auch sagen dass ich davon ausgehe wir gucken uns noch mal die jahresübersicht an dass man durchaus hier noch zum ende des augustes und im september dann halt ich gehe davon aus dass wir ich prognostiziere das nicht ich sage nur dass ich das mit ein kalkuliere durchaus ein depot bestand von 75.000 euro das heißt dass es noch mal ein paar prozent nach unten gehen könnte das ist wie ich gerade sagte nicht unbedingt prognose aber es könnte durchaus passieren also so sieben acht prozent könnte man durchaus noch mal im minus sehen august und september sind die monate wo es halt auch mal volatiler werden kann und oktober november wird sammer wieder richtig spannend und das hängt natürlich auch ganz klar ab von der depot zusammensetzung sollte eigentlich klar sein so ich habe es mir aufgeschrieben aber vergessen zu sagen in den letzten zwei wochen also seit dem letzten video habe ich eine performance von minus 2443 euro oder minus drei prozent gemacht das noch mal kurz zur klarstellung ich würde sagen wir gucken und zunächst einmal die trades der letzten zwei wochen an so einen groben überblick ich gehe nicht auf alles ein und dann gehe ich auf die gewinner und verlierer parallel immer dazu auch noch mal ein so und das letzte video wurde dann am siebten achten glaube ich oder ist vom siebten achten und wir fangen hier beim neunten achten an paradox interactive nachgekauft und wir gucken uns hier wirklich ein paar gaming einzelwerte hier mal an paradox interactive wochenverlauf relativ neutral monatsverlauf auch hier minus 14 prozent und jener jahresübersicht auch deutlicher im minus ich bin hier investiert mit 512 euro und ungefähr neun prozent hier aktuell im negativen bereich performance hier seit den letzten da kann ich nicht sagen seit januar 2017 halt 173 prozent nach oben und ja also hier erwarte ich zum jahresende hin beziehungsweise zum anfang nächsten jahres auch deutlich bessere zahlen amd limit kauf zu 90 euro habe ich mir noch mal ein paar aktien geholt und paradox interactive hier noch mal paradox interactive da habe ich immer mal wieder eingekauft und also gaming aktien habe ich mir einige nachgekauft und digital turbine und teladoc die müssen wir uns noch mal separat hier angucken weil die habe ich auch mal hin und wieder nachgekauft wir fangen hier mal mit teladoc an am freitag ging es mal ordentlich nach oben im wochenverlauf nach unten im monatsverlauf minus 5,4 prozent im jahresverlauf kann man auch sehen dass wir sehr viel abgegeben haben ich halte trotzdem teladoc noch für einen guten wachstumswert und da sieht man hier auch langfristiger seit januar 2018 ein wesentlich besserer wert ich bin hier mittlerweile mit 1910 euro vom wert her investiert absolut meine investitionen sind hier ungefähr 2360 euro ungefähr und ich erwarte mir dann doch noch mal kursansprünge in den nächsten monaten das ist das was ich hoffe das ist immer keine anlageberatung keine anlageempfehlung das ist das wovon ich ausgehe und meine meinung dazu ist nicht desto trotz muss man einfach mal sagen in der jahresübersicht hat teladoc health sehr sehr viel nachfedern lassen wenn wir uns aber hier umsatz und gewinnwachstum angucken in den letzten jahren dann sieht das sehr sehr gut aus gewinnwachstum sieht halt nicht so gut aus weil es ein unternehmen ist die auf wachstum setzen und ja ich gehe davon aus dass sie auch wirklich kostendeckend arbeiten können da muss man halt unterscheiden zwischen gewinnwachstum oder man will erst mal vom umsatz her wachsen und das ist glaube ich das was bei teladoc health hier aktuell eine durchaus realistische gefahr ist dass man nie oder sehr langsam nur in realistische gewinnzonen reinkommt digital torbein das ist der andere wert den ich nachgekauft habe ja am freitag fast neutral wochenverlauf minus zehn prozent also die haben so viel nachfedern lassen wie schon lange nicht mehr im wochenverlauf minus 21 prozent jahresverlauf immer noch deutlich im plus aber du siehst hier nach diesem anstieg hier im februar dieses jahres dass das alles volatil richtung süden gegangen ist und hier seit dem jahr november 2018 haben wir hier 2700 prozent und das ist hier eine phase ich glaube die muss man einfach mal durch stehen ich bin hier auch relativ hoch wieder investiert und wenn ich das zusammenrechne hier land wie gerundet bei ungefähr 1500 euro wenn wir uns hier noch mal ganz kurz die bilanzkennzahlen angucken wir haben hier eine umsatzsteigerung die sehr sehr hoch ist und wir haben durchaus auch gewinne die hier erhöht werden anders als bei teladoc reden wir tatsächlich auch von einem jahr positiven kgv sollte klar sein und auch eine hohe bewertung ganz klar aber trotzdem ein wachstumswert wo man glaube ich jetzt erstmal ein bisschen was aushalten muss und mal gucken also ich kaufe mir da immer mal wieder in charge und irgendwas nach und da sieht man auch hier hinten bei den trades und so viel höher will ich die position jetzt nicht gewichten und so wird das einfach zu viel meiner meinung nach ich habe dann immer mal wieder in den letzten zwei wochen etwas umgeschichtet das war zum teil gar nicht so doof asml die sind dann auch wieder ein bisschen runter gekommen dort habe ich eine aktie verkauft das ist jetzt aber auch ein wohlfühl niveau kein großartiges hin und her train da das geld in andere werte die müssen nach unten gefedert sind halt besser aufgehoben ist meiner meinung nach auch apple habe ich hier bei 124 66 zwei anteile verkauft micron technology habe ich mir dann hier eingekauft ich gehe in diesem video nicht immer darauf ein warum ich welchen wert ganz konkret gekauft habe das mache ich nur bei bestimmten werten denn sonst wird das video viel zu lange gehen und das merke ich jetzt schon wieder auch bei facebook hier limit verkauf das sind einfach nur gewinn mit namen gewesen denn ja viele andere werte sind halt wirklich so abgestürzt und da möchte ich das geld investieren das sind aber immer keine großen position auch bei facebook apple und hier oben auch microsoft möchte ich gar nicht wieder nachkaufen so schnell frühestens in paar monaten mit einem sparplan und wo wir gerade bei gute werte sind die hier anteilig verkauft habe die man gerade sehen konnte microsoft gucken wir uns hier nochmals einzelwert an im wochenverlauf plus 4,5 prozent im monatsverlauf plus 10,2 prozent also die sind noch mal so richtig abgegangen du siehst dass ich hierfür 247 euro verkauft habe sind jetzt bei 259 euro also microsoft ist sehr sehr gut gelaufen nvidia die hatten auch zahlen vorgestellt diese woche sogar noch die sind auch sehr sehr gut gelaufen plus fünf prozent hier allein am freitag wochenverlauf vier prozent im monatsverlauf 9,6 prozent die sind halt auch super gelaufen und das was ich hier verkauft habe war einfach nur gewinn mitnahmen so dass ich hier mein wohlfühl anteil habe und mein depot auch noch bei anderen werden ein wenig besser diversifizieren kann wo wir gerade bei den guten aktien sind die in den letzten zwei wochen wirklich sehr sehr gut gelaufen sind müssen wir uns auch noch adobe hier angucken im wochenverlauf plus 2,6 prozent im monatsverlauf plus 7,8 prozent also die waren auch super ich weiß gar nicht ob ich hier von nicht auch eine aktie verkauft habe weil adobe ja ist zwar mit 264 milliarden us-dollar marktkapitalisierung ein großes unternehmen nur ich möchte die meinem depot auch nicht zu hoch gewichten und wir gehen hier einfach mal weiter durch dividenden habe ich hier bekommen darauf gehe ich auch nicht weiter ein titel torbein nachkauf weiter auch nachkauf in vitae nachkauf dann wurden hier die ganzen sparpläne ausgeführt auch darauf gehe ich im einzelnen nicht ein ich habe hier einfach durch taiwan semikontaktor bei fast plus minus null also minus zwei prozent habe ich hier auch eine aktie verkauft ich glaube weil ich das geld irgendwo danach gleich investiert habe nie genau das war der tag wo die sparpläne ausgeführt worden sind damit die alle ausgeführt werden hatte ich das hier verkauft weil taiwan semikontaktor ist danach auch wirklich nicht so gut gelaufen asm international die habe ich anteilig verkauft hier einfach eine aktie gut gelaufen und auch hier einfach eine gewinnmitnahme gewesen und dann wollen hier weiterhin sparpläne ausgeführt also auch hier alles cool und die sparpläne wurden auch alle ausgeführt baderbank dies dann noch mal gefallen da habe ich mir noch mal zehn aktien zu 7 euro 50 geholt die habe ich nachgekauft halte ich mittelfristig für einen sehr interessanten wert frei war habe ich auch noch mal für 140 euro gekauft ich glaube die sind danach sogar noch stärker gefallen cd projekt die müssen wir uns auch noch mal hier als gaming aktie angucken dort bin ich auch schon länger investiert die aktie ging ja wirklich nur nach unten und hier im wochenverlauf oder monatsverlauf besser gesagt minus 11 prozent knapp und irgendwo dann hier unten bei 36 euro habe ich mir noch mal ja ein paar aktien nur für 110 euro gekauft bei cd projekt muss man einfach mal so sagen kgv von 15 das ist ja glaube ich auch gar nicht so aktuell also ja dass die noch mal tiefer laufen bzw sich nicht in den nächsten zwölf monaten erholen werden ist eher unwahrscheinlich würde ich einfach mal so sagen deshalb einfach noch mal jeder nachkauf weil es so günstig ist ob das ein fehler ist oder nicht wird sich dann zeigen die ich zwischenzeitlich den letzten anzeilen der stack 100 dreifach gehebeltes etp verkauft für 100 ja 70 euro knapp und digital torbahn habe ich dann noch mal nach gekauft wie ich schon sagte habe ich die immer wieder nach gekauft mensch und maschine dort habe ich einfach auch gewinn mit namen gemacht die liefen auch hervorragend astrazeneca da hatte ich minus depot bestände die von dann automatisch von trade republic gekauft einen anteil und den rest habe ich wieder verkauft von jd.com habe ich mich komplett entfernt die habe ich komplett rausgehauen aus meinem depot und wir gehen hier noch mal auf ein paar chinesische werte ein ja wir machen mal die beliebtesten aktien hier aus china in der anzeige an so schaut das aus wir gucken uns als erstes hier mal alibaba an monatsübersicht minus 24 prozent eine jahresübersicht minus 38 prozent das ist schon richtiger wahnsinn wenn man sich anguckt wie viele youtube kanäle alibaba empfohlen haben wo die mal was weiß ich zehn prozent gesunken sind in einigen die post tut das glaube ich schon richtig richtig weh und bei jd.com sieht man hier auch monatsübersicht minus 13,6 prozent auch in der jahresübersicht spätestens hier seit februar langfristiger abwärtstrend oder mittelfristig halt in dem augenblick ja die könnten sich noch mal erholen die werden sich wahrscheinlich auch noch mal erholen die chinesische regierung tut derzeit nichts dafür damit sich diese werte mal wieder erholen nettees oder netteesie haben wir hier auch minus 15 prozent in der jahresübersicht und bei mir ist einfach so ich muss in diese aktien nicht investiert sein um gewinne zu erzielen und deshalb habe ich da einfach eine menge abgebaut die punkt kommen bin ich komplett raus alibaba sieht man dann später habe ich auch noch verkauft habe ich nur noch drei aktien hier im depot und danach sind die auch noch mal im wochenverlauf noch mal stärker gefallen und das waren alles gute entscheidung hier das eine oder andere unternehmen hier ja ein bisschen raus zu hauen weniger dort einfach im depot zu haben byd da sieht es noch relativ gut aus dort habe ich aber auch zwei limit ordern drin dass ich mir auch position abbauen möchte und was wir glaube ich noch nicht gesehen haben ist ten cent gewesen und bei den riesiges unternehmen markkapitalisierung 445 milliarden euro und bei denen gut am feitag ließ besser wochenverlauf minus drei prozent monatsverlauf minus 20 prozent auch im jahr sieht es hier nicht besser aus also hier ist der abwärtstrend wirklich nicht unterbrochen und wenn es mal wieder nach oben geht glaube ich nicht dass wir 20 prozent an einem tag sehen da kann ich mich ja dann immer noch mal einkaufen das ist zumindest meine aktuelle meinung dazu haben die limit kauf noch mal mit zwei anteilen habe ich mich eingekauft paypal da habe ich auch noch mal cash geschaffen einfach hier zwei anteile verkauft da war ich hoch investiert und auch hier ist es einfach nur eine gewinnmitnahme so dass ich ein wohlfühl niveau habe aktuell das ist keine hin und her gezogen sondern einfach ein ausgleich der einzelnen positionen siext dort bin ich auch ja einen kleinen verkauf mit kaum gewinn habe ich da einfach gemacht weil ich das geld aktuell in anderen werten einfach besser aufgehoben sehe und was nicht gut war das war wirklich 19 8 war das das war diese woche netflix die lief so einigermaßen nur mit ein prozent im plus bin ich da rausgegangen das ist dann immer ja fast plus minus null sag ich mal habt auch kaum steuern bezahlt und da wenn man dazu hin und her macht tasche leer sagt dann stimmt das definitiv nicht aber in diesem fall vielleicht dann doch denn ich habe ich hier netflix für 444 euro verkauft so und das war irgendwo weiß ich gar nicht genau irgendwo relativ hier unten wir müssen hier mal in der wochenübersicht reingehen irgendwo hier und am gleichen tag ging es dann wo die börsen in usa hier eröffnet haben dann ordentlich noch mal hier ungefähr fünf prozent nach oben das war ein ganz 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 unüblicher sprung für netflix dass die dann so viel abgegangen sind denn ich habe mir überlegt ist jetzt das geld besser in netflix aufgehoben oder in ein nestek 100 etp dreifach gehebelt da habe ich mich ganz eindeutig wenn man diesen chart auch sieht vielleicht hier auch noch mal eine jahresübersicht mich für das etp halt entschieden weil die märkte halt die woche über auch leicht korrigiert haben und ja das war etwas das siehst du nicht voraus das passiert einfach und da muss man einfach mal sagen das ist ein ja hin und her gewesen das war vielleicht nicht so smart dann sind die emerging markets die müssen wir uns noch mal separat angucken wir gehen ja hier auf die gewinner und verlierer ein und wir gucken uns hier als erstes positiverweise mal einen msci world etf an wochenverlauf neutral monatsverlauf plus vier prozent also das ist okay im jahresverlauf das ist ja history das ist ja sehr gut gelaufen wenn wir uns dazu mal ein emerging markets etf angucken der auch von den ländern her stark chinesisch gewichtet ist taiwan südkorea sind dann auch noch drin indien mit zwölf prozent in einem so großen land relativ gering dann gewichtet wochenverlauf minus 2,55 prozent und hier minus fünf prozent im monatsverlauf das heißt wer so 70 30 depot hat das lief nicht so ganz es gibt ja auch andere ansätze dass man sagt man nimmt ein 80 20 depot also 80 prozent msci world 20 prozent nur emerging markets die liefen dann wahrscheinlich eher besser in den letzten monaten auch in der jahresübersicht sieht man einfach die stagnation der emerging markets das ist hier nicht mehr bergauf sondern einen tendenziellen leichten abwärtstrend sogar gibt und dann habe ich mir überlegt die emerging markets sind so stark korrigiert auch viele chinesische werte sind so stark korrigiert es gibt hier eine emerging markets dreifach gehebeltes produkt dort bin ich dann mal leicht eingestiegen aktuell bin ich da neutral investiert und da der nächste 100 dann auch nach unten in korrigiert das habe ich mich hier noch mal mit ein paar anteilen hier investiert ansonsten war ich mir gar nicht so sicher was ich sonst noch mit meinem geld haben mache also ich habe immer werte nachgekauft die krass korrigiert sind digital tourbein der mich dann noch mal nach gekauft und moncler die habe ich auch zweimal nach gekauft weil die auch hart korrigiert sind es gibt ja diese luxusgüter werte und das hängt auch damit zusammen dass china ein absoluter wachstumsmarkt ist für luxusgüter unternehmen und ja die chinesische regierung tut alles um reichtum und teilweise auch den konsum in anderen produkten halt irgendwie so ein bisschen einzuschränken durch die politik der letzten monate und diese woche waren dann die luxusunternehmen dran hier moncler monatsübersicht minus 4 prozent aber diese woche minus 12 prozent aktuell bin ich hier noch leicht im plus und das ist wirklich ein kurs für mich persönlichen einkaufskurs das ist wie gesagt ich bin auch investiert voreingenommen und abhängig also nicht unabhängig das heißt wenn du das nach machst auf eigenem risiko ich empfehle gar nichts bei rms ist es auch härter korrigiert hier ist dann aber auch am freitag hin wieder angestiegen also hier hat man auch einkaufskurse gesehen nur hier ist die aktie halt mit 1200 euro wesentlich höher so dass wenn ich mir da eine nachkaufe schon eine leichte übergewichtung habe und wenn dann muss ich dann mein sparplan halt erhöhen und lvmh die sind ja auch sehr sehr gut gelaufen in der letzten zeit hier in der jahresübersicht man sieht hier diese deutliche korrektur da habe ich mir in der woche auch noch mal überlegt ob ich mir die nachkaufe hier minus 12 prozent aber da müssen wir schon so um die 600 euro oder drunter sein dann würde ich mir glaube ich meine aktie nachkaufen ich bin hier aktuell mit 1,2 aktien investiert nichtsdestotrotz ist diese bei seiner marktkapitalisierung von 313 milliarden und dieser korrektur da reden wir schon von hohen werten die hier einfach mal so korrigiert weg korrigiert worden sage ich jetzt einfach mal die.com hier alle werte rausgehauen mit dem minus von 17 prozent alibaba dort habe ich mich auch hier von zwei aktien getrennt minus 25 prozent und danach sind die auch noch mal stärker gefallen und das ist halt etwas wo ich mir sage ich muss da nicht alles mitmachen coinbase dort bin ich auch hier ausgestiegen mit einer aktie minus 18 prozent ich habe hier ein paar alte zöpfe einfach mal abgeschnitten und montclair habe ich ja auch noch mal nachgekauft mit zwei anteilen dann haben wir hier eine caterpillar dividende nasdaq 100 dreifach gehebelt short mal gemacht dann wieder verkauft sehen wir dann später noch 6 verkauft das müsste ein anteil gewesen sein da ich bei 6 einfach relativ stark rausgehauen bin und ja möchte gar nicht mehr so investiert sein weil ich nicht in absehbarer zeit weiß wo das wachstum von 6 noch herkommen soll denn ja viele geschäftsleasing und mietfahrzeuge weiß ich nicht ob die verträge so mittelfristig weitergeführt werden bei 6 denn home office und dienstreisen werden glaube ich auch in den nächsten jahren ein wenig abnehmen und ja deswegen habe ich auch dort gesehen wenn ich 6 verkaufe die sind noch aktuell einigermaßen hoch bewertet und ich kaufe spare paar spiele unternehmen nach die jetzt niedrig bewertet sind denn ist für mich der investment case der gaming unternehmen aktuell wesentlich spannender meiner meinung nach so und dann siehst du dass sie hier beim nasdaq 100 short durch eine stop loss oder hier mit minus zwei prozent rausgeflogen bin astrazeneca das was ich vorhin oder das was vorhin eingekauft worden ist habe ich hier gleich wieder raus gehauen und das wurde dann auch verkauft applied materials dort bin ich bei 110 euro hatte ich eine stop loss oder drin die sind danach auch noch härter korrigiert auch hier muss man sagen ja wenn es noch mal eine richtung 100 euro geht würde ich noch mal nachkaufen richtung 120 euro würde ich noch mal ein paar anteile verkaufen wohlfühlen niveau da könnte noch etwas rausgehauen werden menschen maschine lief dann auch sehr gut einfach nur gewinn mitnahme dort möchte ich auch diesen werden in absehbarer zeit einfach nachkaufen msci inc dort also das unternehmen msci ja einfach auch gewinn mitnahme man sieht hier die werte gar nicht also auch alles mit gewinn verkauft coinbase hier noch anteilig rausgeflogen s&p global da habe ich einfach nur gewinne mitgenommen dass ich wieder auf einem wohlfühlen niveau bin die sind auch wirklich sehr sehr gut gelaufen diese werte und du siehst dass ich aktuell mit 1900 euro ein relativ hohen cash bestand habe und ja deshalb einfach auch davon ausgehe dass wir vielleicht die ein oder andere korrektur in den nächsten sechs wochen bei den einzelwerten noch sehen werden und dann werde ich diese werte halt auch einfach nachkaufen das ist zumindest mein plan deshalb bin ich aktuell bei einigen werden nicht so hoch investiert wir gucken uns hier noch mal gerade bleibt materials an die ich gerade verkauft habe sind weil es bei 108 euro ich bin hier immer noch mit 1300 euro investiert und du siehst hier bei 120 euro würde ich noch mal zwei aktien raushauen und ansonsten warten wir mal ab vielleicht gibt es den einen oder anderen kaufkurs halt einfach und ja die sind ja auch wenn man sich das hier in der jahresübersicht anguckt einfach mal verdoppelt super gelaufen und da fragt man sich warum höher gewichten und wo soll das wachstum dann noch herkommen das sind einfach meine gedanken dazu jawohl und wir machen hier einfach mal weiter mit dem scalable capital depot ich gehe mal in der übersicht hier nicht von heute sondern in der letzten woche hier auch nicht 150 euro nach unten ging sondern hier in der monatsübersicht und du siehst dass wir hier auch relativ volatil sind wir waren ja auch bei 424 euro plus jetzt sind wir nur noch in anführungsstrichen 114 euro plus und wenn du meine geldbestand siehst das ist hier immer diese sparplan ausführung die man hier sehen kann war ich auch hier schon einigermaßen gut über 12.000 euro auch in diesem depot insgesamt muss ich sagen dass dieses depot mittelfristig nicht so gut gelaufen ist wie mein depot mit den einzelaktien und wenn wir uns hier auch noch mal diese beiden werte angucken die beiden größten werte hier msci world da bin ich hier 7,2 prozent plus und der emerging markets von ishares wo ich hier investiert bin der ist nicht ganz so gut gelaufen bei minus vier prozent liegt der und was hier noch mal recht interessant das ist hier auch wirklich der ishares core s&p 500 etf hier bin ich bei 8,5 prozent und das ist wirklich einer der besseren etfs hier in diesem depot ja und mal gucken wie das so weiter geht hier bin ich ja sehr sehr passiv unterwegs und was wir uns natürlich auch noch angucken müssen ist ja meine bit panda crypto währungen depot da bin ich aktuell bei 2754 euro mein portfolio sieht ja in der tagesübersicht gar nicht so spannend aus sieben tage hier zehn prozent nach oben 30 tage 56 prozent nach oben und in der jahresübersicht das stimmt so dann natürlich nicht mehr ich war hier auch bei 2730 euro das war anfang mai dieses jahres und ich habe sparpläne immer weiter laufen lassen hier war zwischendurch auch das kann man immer nicht sehen in diesem linien chart auch bei 1400 euro und aktuell bin ich hier bei 2754 euro du siehst dass ich hauptsächlich in crypto währungen investiert bin namentlich genannt bitcoin 63 prozent im plus dogecoin 285 prozent im plus ethereum knapp 50 prozent sagen wir mal 45 prozent im plus da war ich auch mal deutlicher minus bei ripple war ich auch deutlicher minus bin ich jetzt auch bei 67 prozent im plus ist aber auch meine kleinste position abgesehen vom bit panda ecosystem token wo ich 666 prozent im plus bin und das hauptsächlich dafür nehmen meine trades auch zu bezahlen ja und ich finde eigentlich diese zahlion interessanter dass ich querbeet mit allen crypto 96 prozent im plus bin also nahezu eine verdoppelung habe und was ich auch noch ganz ganz spannend finde bei den kryptos wir gucken uns immer den 30 tages chart an vom bitcoin da ging es ja so 53 prozent nach oben merkt euch mal diesen chart dann gucken wir uns den 30 tages chart an vom deutsch coin also hier lief es eher quer und dann dieser anstieg der war denn hier etwas größer plus 68 prozent ethereum 30 tage du siehst auch hier war wieder der anstieg so ein bisschen eher wie bei bitcoins und dann hier oben so ein bisschen quer gelaufen plus 62 prozent und ripple gucken wir uns hier auch noch mal eine 30 tages ansicht an hier ging es auch relativ langsam nach oben dann hier etwas ruckartig und hier eine seitwärts phase plus 112 prozent also deutlich mehr als die anderen hier gab es auch wohl etwas mehr aufzuholen interessant finde ich hier halt einfach dass man zwischen diversen ja sachwerten oder währungen dann halt hier in diesem fall crypto währung nicht so eine hohe korrelation sieht aktienmärkte und zum beispiel crypto währung aber wiederum zwischen den aktien untereinander und auch zwischen den crypto währungen untereinander hast du ja gerade gesehen dass wir nicht nur eins zu eins korrelation haben aber schon krasse überschneidungen haben und seit einem monat gehen ja fast alle crypto währungen richtung norden und du siehst einfach auch wie sich das ganze hier auch in meinem depot durchsetzt da ist jetzt die frage noch mehr crypto währungen hier rein zu hauen und das ganze noch mehr zu diversifizieren macht wahrscheinlich überhaupt keinen sinn da die währungen so stark voneinander abhängig sind von daher bin ich hier zumindest in meinem crypto depot mit diesen vier beziehungsweise fünf wenn man den bitpanda ecosystem token noch dazu zählen möchte meiner meinung nach breit genug aufgestellt nur in den bitcoin zu investieren würde ich jetzt auch nicht machen und ja so sieht aktuell meine crypto bitcoin depot aus wie sieht es denn bei euch aus habt ihr weiter eingespart habt ihr manuell wo es denn hier nach unten ging hier im juli habt ihr dann manuell nachgekauft oder wie managt ihr euer crypto depot wenn ihr denn überhaupt darin investiert seid würde mich mal interessieren und an dieser stelle würde mich mal interessieren wie ist denn dein depot die letzten ein beziehungsweise zwei wochen so gelaufen was machen deine chinesischen werte kriegst du da langsam kalte füße wirst du die raushauen oder bleibst du einfach drin und das nachgekaufen würde mich wirklich mal sehr sehr interessieren welche ansätze und philosophien unterschiedliche es dort einfach gibt und ja ich würde mich über deinen kommentar zu diesem thema natürlich sehr sehr freuen ansonsten falls noch nicht geschehen gerne ein like hinterlassen du darfst diesen kanal falls noch nicht geschehen auch gerne kostenlos abonnieren und ich würde dann sagen danke fürs freundliche zusehen bis zum nächsten video ciao und